Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu unserer wundervollen Reihe zu DevOps. DevOps, wie gesagt, Development und Operations in einem. Und ja, letztes Mal haben wir uns das Cams-Prinzip angeguckt. Dieses Mal wollen wir uns die Three Ways angucken, also die drei Wege sozusagen. Drei Wege im Sinne von, ja, drei Arten und Weisen, die man beachten muss. Das Ganze stammt von dieser Quelle da unten und ich fand das Prinzip sehr, sehr wichtig. DevOps hat so ein bisschen das Problem, dass jeder auch ein bisschen was anderes drunter versteht und dass sehr, sehr viele Prinzipien entwickelt werden, allerdings immer sehr abstrakt. Und deswegen, ja, dann habe ich mir ein paar rausgepickt, die ganz gut passen, meiner Meinung nach, die auch sinnvoll sind und ja, die wollen wir uns hier eben auch noch angucken. Gut, the three ways. Zuerst einmal haben wir Systems Thinking. Systems Thinking ist bezeichnet als The First Way und hier habe ich mal diesen wundervollen Comic rausgesucht, der einfach das Ganze sehr, sehr gut beschreibt. Das heißt, wir haben zunächst einmal hier das große Problem, dass einer nicht weiß, was der andere gemeint hat. Hier haben wir einmal das, was der Kunde eigentlich haben wollte, das, was der Projektleader verstanden hat, wie der Vertreter das sozusagen beschrieben hat, was der Kunde bekommen soll, wie der Analyst das designt hat, wie der Programmierer es geschrieben hat, wie es dokumentiert wurde, wie es beworben wurde und ja. Auch hier unten sehen wir noch ein schönes Beispiel, wie es performt hat unter Load. Also das heißt, wenn der Server wirklich ausgelastet war. Und das ist ein riesiges Problem, wenn man an IT beziehungsweise an Produktentwicklung in der IT denkt. Und das passiert leider schneller oder häufiger, als man so denkt, dass dieser Comic ist nicht einfach so entstanden. Der ist tatsächlich sehr, sehr relevant. Und das ist genau das, was hier eigentlich getackelt werden soll. Und da sehen wir auch zum Beispiel drin, dass Kommunikation hier wirklich alles ist, dass die Teams zusammenarbeiten müssen, dass die Ops mit dem Team zusammenarbeiten müssen. Und vor allem sehen wir hier eins. Und zwar das sogenannte Concept-to-Cash-Thinking. Das hört sich erstmal böse an, meint aber an sich etwas Gutes. Denn Concept-to-Cash-Thinking bezeichnet wirklich, dass man den kompletten Weg von dem, was der Kunde möchte, bis hin zu dem, was er bekommt, beziehungsweise auch das, was er dann am Ende bezahlt. Denn wenn der Kunde nicht zufrieden ist, bezahlt er sozusagen nicht. Das heißt, es geht im Endeffekt nicht darum, irgendwas Geiles zu bauen, sondern genau das zu bauen, was der Kunde auch wirklich möchte. Wenn ihr selbst quasi für euch eine Software entwickelt, dann seid ihr selbst die Kunden. Dann habt ihr schon mal diesen Prozess. Nicht, dass ihr was falsch verstehen könnt, aber das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Und ja, das bezeichnet einfach wirklich dieses Streamlining, dass man wirklich durch die ganzen Prozessebenen durchdenkt und nicht irgendwo den Faden verliert, sondern dass alles wirklich eins bleibt. Ja, das ist The First Way, so heißt der, beziehungsweise Systems Thinking heißt der Way. Und ja, das nächste ist Amplifying Feedback Loops. Der Second Way wird da auch genannt. Und hier sehen wir, dass, ja, das ist eigentlich ein relativ berühmtes Konzept. Man möchte Feedback Schleifen verstärken. Das hört sich jetzt sehr, sehr abstrakt an erstmal, aber es ist eigentlich relativ leicht zu durchschauen. Und zwar haben wir einmal hier, wir haben Dev und wir haben Ops. Und all diese Prozesse, die mit Dev und mit Ops zusammenhängen, die wollen wir verstärken. Das heißt, wir wollen immer möglichst schnell, möglichst viel Feedback erhalten, sodass wir möglichst früh schon Fehler fixen können. Das heißt, wenn wir zum Beispiel einen Fehler in Requirements haben, ja, also wenn wir nicht verstanden haben, was der Kunde von uns möchte, dann ist das in Requirements, wenn wir noch da quasi dran sind an diesem Feature, dann ist es super einfach, das zu beheben. Da können wir einfach sagen, okay, das muss halt anders sein. Das heißt, wir haben einfachen Aufwand, ja, also tatsächlich 1 mal Aufwand. Wenn wir schon im Coding sind, ist es allerdings schon wieder ein bisschen schwieriger. Wenn wir in der Integration sind, also schon im Testen angelangt sind, dann ist es schon nochmal schwerer. Und man sagt hier tatsächlich Faktor 10 schwerer, als wenn wir es in Requirements testen. Das heißt, es braucht auch 10 mal so lang, ist 10 mal so teuer und dementsprechend auch 10 mal so unangenehm. Wenn wir bei dem Acceptance-Test sind, also das heißt, wenn wir wirklich schon testen, ob das das ist, was der Kunde haben möchte, dann sind wir hier sogar schon bei Faktor 15. Und wenn wir Post-Release sind, also unsere Plattform schon läuft, dann ist es im Endeffekt ein komplett neues Feature, das wir nochmal neu entwickeln müssen. Das heißt, der ganze Aufwand ist im Endeffekt für diesen Teil nochmal zu bewerkstelligen. Und dann spricht man ungefähr von Faktor 30. Also wir haben hier tatsächlich eine exponentielle Steigung von den Kosten, die das Ganze verursacht, wenn wir einen Bug haben. Und Kosten meint jetzt nicht unbedingt Geld. Kosten meint auch Kundenunzufriedenheit. Ich meine, wenn wir gerade noch in der Requirements sind, dann merkt der Kunde quasi nichts davon, wenn wir irgendwas falsch verstanden haben. Wenn wir im Coding sind, merkt der Kunde, okay, das Projekt verzögert sich. Wenn wir beim Komponenten-Testen sind, verzögert sich es noch deutlich mehr. Und wenn wir sogar nach dem Release das Ganze haben, sprich wir haben wirklich einen Bug in Production, dann kostet das Ganze sehr, sehr viel Geld und sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr viel Nerven beim Kunden, weil der sich mit dem Bug ärgern muss. Das heißt, es geht nicht nur darum, wirklich von den Ops schnell Feedback zu den Devs zu bekommen, sondern aber auch wirklich von den Kunden Feedback oder von den Nutzern Feedback zu bekommen, auf das, was die Entwickler machen. Das heißt, die Entwickler bekommen Kundenfeedback. Die Entwickler bekommen Testfeedback. Die Entwickler bekommen eben auch Feedback von den Ops und so weiter und so fort. Das bezeichnet Amplifying Feedback Loops. Das heißt, wir wollen wirklich so stark wie möglich und so viel wie möglich Feedback haben, um schnellstmöglich rauszufinden, wenn wir Mist gebaut haben. So, der Third Way, der bezeichnet Culture of Continual Experimentation and Learning. The Third Way. Ich zitiere das hier tatsächlich einfach mal. Zu Deutsch heißt das ungefähr sowas wie immer weiter lernen und nie damit aufhören. Und das ist tatsächlich hier schon alles, was man sagen kann. Also es bezeichnet wirklich einfach nur den Lernprozess und der hört niemals auf, auch wenn das hier sogar noch untertrieben ist an Büchern, die man lesen muss. Das hört sich jetzt erstmal sehr demotivierend an. Das heißt aber nicht, dass wir nach dem ersten Buch oder nach dem ersten Kurs oder wie auch immer ihr euch fortbildet, nicht schon in der Lage sind, ein gutes System zu schaffen und einen guten Produktentwicklungszyklus. Das heißt, wir können diese ganzen Schritte schon machen, aber wir sind halt einfach noch nicht so effizient. Und dann lesen wir noch ein bisschen mehr, bilden uns noch ein bisschen mehr, fortlernen vielleicht ein neues Tool, das perfekt in unsere Chain reinpasst, also in unseren Workflow. Und daraufhin wird das Ganze nochmal besser. Und dann machen wir das Ganze nochmal und so weiter und so fort. Wir verbessern uns quasi stetig selbst. Wir werden stetig moderner. Wir nutzen dann zum Beispiel noch irgendwann KI, dann benutzen wir noch Security, dann vielleicht nicht in der Reihenfolge, und dann benutzen wir ein neues Tool und dann benutzen wir das. Ihr seht, da kommt einfach ein riesen Batzen zusammen, weil einfach IT so ein unfassbar riesiges Feld ist. Aber das heißt nicht, dass wir nach dem ersten Schritt nicht schon wirklich gute Produkte erstellen können. Wir können sie nur daraufhin weiter verbessern und uns selbst auch wieder verbessern. Was übrigens auch, wenn ihr euch auf einen neuen Job bewerbt, sehr, sehr gut ist. Wenn ihr zum Beispiel jetzt Ahnung von DevOps habt, schreibt das in die Jobbewerbung rein. Ist saugeil. Wenn ihr dann sogar noch Ahnung habt von Docker, schreibt das rein. Kommt auch immer gut an. Und so weiter und so fort. Also ihr seht, das ist eigentlich wirklich etwas, das hört niemals auf, gerade in der Informatik. Ja, und das waren die Three Ways. Ich hoffe, es hat soweit gefallen. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.